Herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Wir sind am Verzweifeln. Am Verhungern bin ich gerade. Du hast das Essen rausgenommen, ja? Warte. Ja, wo ist das denn gelandet? Hä? Hatte ich das rausgenommen? Musste ja. Im Kochtopf ist nichts mehr drin. Bin befragt. Ich koche dir eine Mäuse. Ja, mach mal. Hier. Ja. Oh, ich hab einen Verlauf proben. Spiele mal Musik. Spiele mal Musik. Ja, ja. Da kommt eine Hand. Was zur Hölle? Geh weg. Wir haben nur Licht ausgemacht ein bisschen. Meine Reihe. Ja, das macht er jetzt noch öfter. Hast du noch genug Holz? Nein. Oh, die haut jetzt schon voll langsam. Oh mein Gott. Werden wir diesen Winter überleben? Das ist alles. Seht ihr in dieser Folge. Oder in der nächsten. Oder auch nicht mehr. Oder auch nicht mehr. So, was machen wir? Jetzt müssen wir uns einen Plan aussehen, was wir gleich machen. Ich brauche wieder Blumen. Wir brauchen Fallen. Dafür brauchen wir Spinnen. Wo waren die nächsten Spinnen? Ähm... Ich komm nicht so weit. Das Problem ist, ähm... Die Wurmlöcher. Äh, die Hitze. Die, äh... Die müssen zwischendurch immer anhalten, weißt du? Ich will Abigail zurück, aber ich hab die Blume nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die gelandet ist. Da sind Spinnen in dem Wald. Meinst du, ich hab die, äh... Die liegt auf der anderen Seite von dem... Aber da hab ich sie eigentlich auch nicht gesehen. Ich renne daher, wo wir grad herkamen. Da gibt's auf jeden Fall Spinnen. Äh... Hast du noch Holz? Gib mir mal Holz. Du kannst ja neues Holz hacken gehen. Dann kann ich mich direkt loslaufen, dass ich da was von den Spinnen äh... klauen kann. Super. Ich renne jetzt schon los quasi. Genau. Jetzt ist nämlich grad Tag. Denk dann, dass du die Mausen fallen abklapperst. Hier rechts sind auch noch zwei Mausen fallen. Oh, hier ist sogar eine drin. Ich nehm die grad mit raus, weil ich grad hier langlaufe. Dann brauchst du hier rechts nicht vorbeigehen. Mhm. Dann hab ich übrigens auch eine Mausel dabei, falls ich Hunger kriege. Ich bin bei 36. Oh mein Gott. Ich frag mich halt nur, ob das ein Problem ist wegen meiner Blume und wie ich die wiederkriege und wo die ist. Keine Ahnung. Die schlagen halt Kometen einfach wieder. Ich hab hier Musik. Ich glaub, mit mir geht's zu Ende. Stirb nicht. Halt im Winter durch. Wir müssen's überleben. Wo bin ich jetzt? Verdammt. Ich muss weiter nach oben. Ich hab voll die Musik. Mhm, 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 mhm. Wie viel gehen hast du noch? Ähm, 56. Guck mal, ich hab noch... Ich hab jetzt noch 126. Geht wieder. Durch, dass ich was gecraftet habe. Oh, hier oben sind ein paar Samen. Die nehm ich auf jeden Fall mit. Warum macht man dafür vier Spinnenweben? Ey, das ist ja echt heftig. Muss ich hier einmal echt drum rum laufen? Das ist doch scheiße. Mein Stein ist schon mal gelb. Bevor ich gegen die Spinnen kämpfe, werde ich den auf jeden Fall erstmal wieder aufwärmen. Ich hab's boiled, sieht's? Ich hab's doch gerade erst aufgesammelt. Ach, wenn ich Holzhacke kann ich auch gleich ein Lagerfeuer machen. Das können wir ja in der Nähe von den Spinnen machen, wenn die hier noch irgendwelche sind. Oh mein Gott. Ich versuche jetzt dahin hochzulaufen, wo wir rausgekommen sind, um zu gucken, ob da meine Blume ist. Jetzt hack doch den Baum und lauf nicht aus und rum. Was ist das hier für ein Baum? Die Musik ist schon wieder da. Hier ist ein komischer Baum, der ein Gesicht hat. Ich hack den mal nicht um, ne? Oh, ähm, na. Habhielt's. Hier nehmen wir Miet. Ein Grabstein. Den nehmen wir nicht mit. Oh, da sind die Spinnen, die hab ich schon gesehen. Die kommen direkt. So, erstmal ein Lagerfeuer machen. Tidiii. So, das machen wir mal schön warm hier. Wo kam man da rüber? Ich seh hier nur Wasser. Wo bist du denn? Da, wo das Wurm noch hinkam. Du bist doch da jetzt irgendwo rüber gelaufen. Vorhin, oder? Ich bin um das Wasser drum herum gelaufen. Ich bin da rechts gelaufen und dann um das Wasser oben rum. Oben rum oder unten rum? Da ist nix. Gibt's ein Bildchen? Ich weiß nicht, wo du hingelaufen bist. Ich seh dich auf dem Bildchen auch nicht. Versuch dahin zu gehen, wo wir vorher waren. Aber ich bin da kein Bild. Da musst du doch nach rechts oben gehen. Nee, ich hab hier einen Fluss dazwischen. Ja, da musst du doch drum herum hoch gehen. Na oben rum? Äh, nein, unten rum ist es. Hä, unten rum? Naja, unten rum. Weil du meinst. Ja, ich bin da jetzt hier. Oh. Oh, scheiße. Hunde. Äh, nein, Hunde. Verdammt, und ich bin so weit weg. Ich hab keinen Abigail. Ich bin auch weit weg. Ab nach Hause. Egal, versuch irgendwie nach Hause zu kommen. Ich muss auch nach Hause. Ich komm auch nach Hause. Scheiße, das ist jetzt total unpassend gerade. Oh, Beere. Ja, mein Stein ist auch, ähm, äh, kalt. Nee, hier ist auch kein Abigail. Ich muss durch das... Dann nimm das rum noch. Ja, nimm das rum noch. Ist egal. Du bist auf jeden Fall nach Hause gekommen. Oh Gott, ich muss doch so weit laufen. Oh shit. Wir haben nichts, was uns verteidigt. Nope. Abigail ist nicht da. Mach dir noch einen Locksuit, wenn du kannst, oder sonst irgendwas. Ja, ich hab noch eins. Ja, ich bin... ... am Erfrieren. Ich hab noch genau fünf Essen, fünf Locks. Super. Scheiße. Unpassender konnte das jetzt nicht kommen, ne? Ich muss hier probieren. Nein. Hilft nix. Der Tolles bringt mir zehn oder sowas. Ah, ein Hund. Lass mich in Ruhe. Noch ein Hund und noch ein. Ich hab jetzt noch drei Hunde hinter mir. Ich hab hier zwei. Super. Drei. Vier. Mhm. Ich glaub... Ich glaube... Ist das Feuer an bei uns? Ist das Feuer an? Ja, aber... Au, au, au. Ich find nur den Weg nicht mehr. Wo ist denn? Wie muss denn du zu Hause? Hier muss es sein, irgendwo. Ja. Ah, was ist denn hier los? Ach, du hast auch noch große Hunde hier. Alter, nein. Ich bin halt tot. Ich muss erstmal die Locksuit jetzt anziehen. Alles andere ist erstmal egal. Aua, aua. Von alleine wollen die nicht gehen, oder? Und hier wär so schön viel Essen in den Säcken drin, ne? Vielleicht kann ich einen ablecken. Scheiße. Ich schlag jetzt. Ich schlag jetzt auch ein. Ist egal. Ich muss... Hoffentlich hält mein Locksuit aus. Ich hab zwei tot. Zwei tot. Ich bin... Ich bin gleich tot. Renn weg, renn weg, renn weg. Komm her, komm her, komm her. Oh Gott, wie viel leben denn da noch? Renn einfach weg, renn weg. Nein, ich bin auch gleich tot. Ah, scheiße. Warte. Acht leben noch. Ich hab fünf. Warte. Warte. Renn weg. Ich kann sterben. Ich kann wiederkommen, wenn ich... Das werden wir nur irgendwann... Du wirst gleich irgendwann erfrieren. Du musst immer beim Feuer vorbei rennen. Rennen wir beim Feuer vorbei. Du Scheiße. Das ist nicht so einfach. Ich bin doch voll nie gewesen. Oh, jetzt. Warum bin ich jetzt gestorben? Da war kein Hund bei mir in der Nähe. Ich bin ein Geist. Hä? Ich seh dich. Ah, au. Ich bin ein spooky Ghost. Was jetzt? Ja, wir haben 30 Tage überlebt. Everyone is dead. Warum funktioniert denn mein Wiederbelebensding nicht? Das ist ja blöd. Bist du auch ein Geist? Kannst du auch umfliegen? Ja. Hallo. 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 Vielleicht musst du zu deinem Körper fliegen. Ja, der ist ja hier. Achso. Äh, ja. Warte mal, ich kann zu dieser Statue fliegen. Vielleicht hilft das was, aber... Dann zählt die Statue wahrscheinlich nicht. Ich kann ja... Warte mal, was ich mach? Ich kann die Statue anklicken. Ich kann die Statue anklicken. Die hättest du wahrscheinlich auch anklicken können. So, jetzt hab ich nur gar nichts. Die sind noch überall die Hunde und ich hab keine Waffen. Nichts. Das liegt alles hier. Wo ist denn deine Statue? Die hab ich gerade aufgebraucht. Oh, ich brauch ne Waffe. Ich brauch mir die Waffe. Ah, ich hab eine. Aua. Oh, ich bin nicht. Aber ich bin gleich wieder tot. Ich kann doch nicht... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann die Hunde... Ich kann sie erschrecken. Ich seh aus wie Abigail. Jetzt bin ich schon wieder tot, ja. Keine Chance. Wie soll ich denn gegen diese Hunde ankommen? Hallo. 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 Ich überleg gerade, haben wir nicht irgendwo noch so einen... Da unten dieser Stein-Kreis, wo wir hinfliegen können ganz schnell noch? Äh... Ah, der ist ganz der Unrecht. Das schaffen wir nicht, ne? Ist zu weit weg. Also dem sieht man nix. Uuuuh. Uuuuh. Spooky. Uuuuh. Uuuuh. Na, ich glaub 30 Tage ist gut, aber ich glaub... Uuuuh. Kuschel, 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 kuschel. Uuuuh. Kuschel, kuschel. Ja, liebe Freunde. Ähm, da haben wir das letzte Mal überzogen. Sind wir heute ein bisschen kürzer. Boah, wir machen auf jeden Fall eine neue Runde. Das ist schon mal klar. Und wir werden den Winter ein bisschen kürzer machen. Wir werden ihn nicht ganz ausschalten. Weil es wäre langweilig, aber wir werden... Wir werden ihn kürzer machen, weil das ist echt ein bisschen heftig. Puh. Ja. Willkommen beim nächsten Mal und schauen wir mal, ob wir unsere 30 Tage überbitten können. Ja, also 30 Tage haben wir geschafft. Ich denke, das ist ein Applaus wert für uns. Aber warte mal. Wir haben noch 64 Sekunden. Wir schaffen noch 31 Tage. Guck mal. Wir warten noch ein bisschen. Aber die Nacht geht nicht rum, weil wir tot sind. Ich glaub, der bewegt sich nicht, der Zeiger, oder? Aber, aber ich wollte gerade sagen... Guck, der ist der Hund. Ich haonte den Hund. Kannst du den haonen? Wie machst du das denn? Draufklicken. Wuhu. 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 Guck mal der ist ganz verrückt. Der ist ganz verrückt. Wuhu. 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 Ist der jetzt weiß geworden? War er nicht da dunkel? Wuhu. Ich hab so wieder Musik. Unser Feuer wird ausgemacht. Jupp. Jetzt sind wir gleich gar nix mehr. So, egal. Scheiße. Wir überleben länger als 30 Tage. Ich hoffe die Wette gilt. Ja, das schaffen wir ja noch, weil einfach, ich flieg noch ein bisschen rum. Spooky. Gleich ein Countdown. Ja. Wenn wir nähereinander, oh, es wird Tag. Yay. Wenn wir die Nacht noch überlebt. Aber es ist immer noch Tag 30. Doch, da unten steht Tag 31. Yes. Also 31 Tage haben wir geschafft. Werden wir es beim nächsten Mal mehr schaffen. Schaltet auf das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Don't Starve. 1, 2, 1. Tschüss. Tschüss. Tschüss.